Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Watch Dogs Bad Blood. Und ja, wir müssen jetzt ein kleines bisschen Arbeiten erledigen, wie wir in der letzten Folge ja die mit der Polizistin angesprochen haben. Chicago South Club, im Straßenschlägerherausforderung helfen sie Sheila bei ihren Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität, unterhalten dafür Straßentags und einzigartige Stärken. Missionsziel, die zwei Zielpersonen niederschlagen, Belohnung, Bargeld, Untersuchungsstufe und bla. Ähm, niederschlagen hieß glaube ich auch so viel, man soll sie nicht töten. Ich bin mir jetzt gerade nicht mal ganz sicher. Mh, einmal das und wir haben Skills freigeschalten letztes Mal. Das wollte ich eigentlich noch in der Ende der letzten Folge machen. Deswegen machen wir das jetzt mal hier. Ähm, so, da wollte ich hin. Äh, da machen wir die Hauptdinge, hier haben wir Fahrzeug. Was haben wir da? Da haben wir Hergestelltes. Straßenschläger haben wir noch nix. Mh, und hier haben wir Fähigkeiten. Kampf. Schusssichere Weste. Kanaten. Ich will eigentlich erst einmal da rein. Gegnerkommunikation stören. Zusätzlich die Akku. Geldautomatbus ist auf jeden Fall immer nicht schlecht. Die Poller. Die werde ich noch brauchen, das weiß ich. Deswegen nehmen wir die noch mit. So. Ich werde mal ein bisschen hier kurz verstecken, weil die Polizei da vorne fährt. War hier ein Auto? Ne. Kurz, die fährt weg. Nehmen wir jetzt nochmal ein größeres Fahrzeug. So, wir müssen über die Brücke da hier. So, wir müssen jetzt eigentlich langen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein deutlich schwerfälligeres Fahrzeug. Und die Sonne blendet. Ich seh nix. Ich seh nix. 700 Meter weit weg müssen wir. So, Schild brauchen wir nicht. Stoppschilder sind überbewertet. Wer bremst, verliert. So, 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 so. Ich möchte ja, ich muss unbedingt was einstellen. Ich möchte ja eigentlich immer dieses Mikrofon schön vor mir haben, damit man mich besser hört. Man leidet sich am meisten, die Tastatur nicht mehr. Aber ich glaube, so funktioniert es ja. Ich glaube, da hört ihr mich einfach besser. Da ist der Klang besser, meiner Meinung nach. Und vor allem das mit dem Hubenproblem habe ich immer noch. Das nehme ich genau auf den Joystick von der Lenktaste, von dem Lenk-Joystick. Und... Warte mal, das ist doch das Gebäude, wo ich dann... Ne, warte mal. Ich will da außen rum fahren. Und da vibriert der Controller. Ei, 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 ei. Und raus hier. Da hinten müssen wir rein. Halt, Mission, das mal annehmen. Verdächtiger, Auftrag angenommen. Sheila, ich bin jetzt da und werde gleich reingehen. Okay. Pass gut auf dich auf. Diese Typen sind vernetzt. Wären sie das nicht, hätte ich sie schon längst hinter Gittern. Irgendwer behindert mich. Was bedeutet, dass sie mächtige Freunde haben? Was bedeutet... Dass sie die teuerste Ausrüstung haben? Da zähle ich drauf. Las dich nicht auf. Ich schicke dir alle Informationen, die ich zu ihnen gesammelt habe, damit du weißt, auf was du dich einlässt. Danke, Detective. So, den einen... ...können wir erledigen da hier. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was das ist. So, ich will jetzt an die Kamera da oben. So. Vor allem erstmal die Typen finden, die ich nicht töten soll. Los, kommt erst wieder, wenn ihr ihn habt. Die ich kann nicht sprengen. Niederschlagen. Genau, niederschlagen heißt einfach so viel wie nicht töten. Oh, jetzt kommt da hier welche. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich habe hier nichts. Weiter gehen Sie. Hier ist nichts. Ich gehe weiter. Hey, Vorsicht! Truck, komm runter! Pass auf! Such in diese Richtung. So. Komm. Das ist nicht mehr reagiert. Nee, das war jetzt eine falsche Taktik. Das ist eigentlich selten, dass die gleich mal rauskommen. Ich hätte die Typen nicht gleich töten sollen. Diesmal gucke ich mir erstmal ein wenig um. Wären es jetzt nicht gleich die gewesen, die ich nur niederschlagen soll, nicht töten soll. Dann wäre das jetzt was anderes gewesen. So. Kamera. Schauen wir uns erstmal mal um. Und vor allem, das weiß ich noch, das sind immer andere, die hier niedergeschlagen werden sollen. Dich tun wir mal niederschlagen. Da oben noch ein niederschlagen. Da haben wir noch welche. Da haben wir noch. Kamera. Wer war da? Ist hier irgendjemand? So, dann werden wir nach und nach die Leute mal ausschalten hier. Da ist noch was. Der ist weg. Gut, wir werden jetzt mal nach und nach schauen, dass wir jetzt welche ausschalten da hier. Oh, falsche Waffe. Ganz wichtig. So, die laufen jetzt alle bis dahin. Dem die alle davor gehen. Das passt mir gerade noch nicht so ganz. Ich gehe mal außenrum. Ja, ich betrete. Sicher mal alle. Dich, ich, 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 nur noch niedergeschlagen. Oh, wieder nix. Verdammt. Mann, 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 Mann. Heute stelle ich mich aber echt blöd an. Das war mal einfacher. Anfangs waren immer die, die oben auf den Snipe-Gebären oben waren. Die konnte ich dann immer schön fertig machen. So. Wie gesagt, das sind nämlich immer andere. Sprengen. Ablenken. Sprengen. Niederschlagen. Niederschlagen. Da haben wir noch einen. Ich glaube, diesmal kämpfe ich mich allgemein von hinten durch. Vor allem dann so. Dann sehen mich die, mich nämlich die Sniper nicht. Und ich lasse mal runter. Da haben wir noch was. So, das müssen alle gewesen sein. Das heißt, das laufen wir außen rum. Zwischendurch auch mal die Waffe auswählen. So. So, den Typen hier will ich. So, schon mal einer weniger. Ein gemütlicher weniger. So, den sollen wir nur niederschlagen. So, ich will da hin. So, wie sieht's mit dir aus hier? Das finde ich eigentlich das coole an dieser Waffe, der hier. Dass man hier im Prinzip so lautlos angreifen kann. Was? Das war doch ein anderer. Oh. Habe ich jetzt echt den Falschen erschossen? Boah. Komm, nochmal. Das ist das dritte oder vierte Mal jetzt. Das ist ja richtig peinlich. Also, sorry, Jungs. Oder Mädels. Oder wer auch immer hier alles zuschaut. Das ist einer von euch ja wenigstens mal zum niederschlagen. Niederschlagen, niederschlagen. Da ist noch einer. Okay, jetzt vor allem mal gucken, dass ich hier ein bisschen vermehrt... Warte, deswegen fahren wir wieder vor. Ein bisschen vermehrt... Das kann man auch noch sprengen. So, machen wir die Fensterläden mal auf. Jetzt habe ich vor allem die falsche Waffe. Egal. Gehen wir halt mal richtig an die Sache ran hier. So, jetzt müssen wir mal verschwinden, ja? Wo schießt denn du? Ah, verdammt. So, jetzt fahren wir mal hier hoch. So, jetzt wird es natürlich richtig lustig hier. So, mal nachladen zwischendurch. So, den haben wir weg. Mal nachladen. So, nur wie kann ich die jetzt da unten? So, einfach mal hier ein bisschen aufgeräumt. Alter, wie fahren denn die hier unten? So, ich würde jetzt ganz gerne hier mal... Überlegen, wie ich hier... Überlegen, wie ich hier... Wäre schön, wenn da einer mal was zu Druck gekommen... Da oben ist noch einer. So, würde ich auch mal hier nachladen. So, wo bist denn du hier eigentlich hier oben? Wenn da einer wenigstens mal hochkommen könnte hier... Dann könnte ich denn da ein wenigstens schon mal... So. 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 Und jetzt Kamera. Und jetzt Kamera. Gucken, gucken, gucken. Ablenken. Erschießen. Was bist du. Was bist du? Einfach nur erschießen. Niederschlagen. 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 Sondern war doch hier hinten noch einer. So. So. Den Lecker haben wir frei. Da ist er. Da ist er. So. Die gehen jetzt alle davor. So. Die sind jetzt alle da vorne. Die gehen auch da hinten rum. So. So. Wie sieht's aus? Ich glaube, ich geh mal nach oben. So. Immer schön alles hier... Im Auge behalten. So. Dich sollen wir nur niederschlagen. Nachladen. Ich suche da drüben. Abhiede. Ich geh weiter. Ich muss vor allem schauen, dass der hier... So. Hier ist nichts. Weiter. Scheiße ist hier. Ich suche da drüben. So. Da muss ich aufpassen. Hier ist da nicht. Ich seh da drüben. Hier ist null. Ich check da drüben. Hey. Alter. Wir hatten jetzt geschossen. Oh. Oh. Ich könnte... Ich könnte heute. Also die Folge mache ich so lange, wie ich das geschafft habe. Oh. Ich bin... Bin gerade ein bisschen... Bisschen... Ne? Heute stelle ich mich echt richtig lustig an. Wenn ich die Kamera nicht laufen lasse, funktioniert es. So. Kamera. Nochmal erstmal alles aufdecken. Hier. Wer hier wer ist. So. Normal. 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 Du bist normal. Du bist mit niederschlagen. Dich mit niederschlagen. Töten. 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 Und dann können wir dich auch gleich sprengen. Was ist das? Ach! Leck mich doch! Hey. Wer war das? Oh. Ich dachte ich wäre zu kass. Was? Alter. Diesmal ging es wenigstens schnell. Also heute ist die Folge mir echt peinlich. Muss ich wirklich sagen. Ich bin gerade überlegen, ob ich sofort raushau. Maaan. So. Waffe. Die. Kamera. So. Sprengen. Ablenken. Warte mal. Ich dich ablenke. Und dich sprengen. Wisst ihr was? Fickt euch doch alle! Fickt euch alle ins Knie! Wow! Los, hol dich! Oooooooo! So. Geht euch vor! Sei vorsichtig! Mist! Er ist getroffen! So. Aufgepasst! Im Ernst? Ich werde langsam leichtsinnig, stelle ich fest. Ich werde langsam leichtsinnig. So, nochmal. Aber jetzt mal mit bedacht. Erstmal die Waffe auswählen. Deckung. Und Kameras. So. Du hast nichts. Sprengen. Sprengen. Okay, okay, okay. Okay. Das heißt, die alle haben wir jetzt. Und hier oben dahinter ist noch einer, das weiß ich. Da. So, dann haben wir die jetzt aufgedeckt. Du bist jetzt sowieso unten. Das Ding lassen wir hinten. So, wir werden uns mal zwischendrin ein paar Schaltschränke aufmachen. Einfach nur als Deckung. So. Wir werden mal gucken, was wir hier machen können. Wir werden mal gucken, was wir hier machen. Das ist jetzt was gewesen. Das ist nicht mein Problem. Was hast du vor? Was hast du vor? Was hast du vor? Was hast du vor? So. So. Lauter Map. Was war das? Ich muss da gleich einer kommen, den ich killen kann. Der jetzt nicht total beschissen steht. So. Schnell nachladen. Warte, da war doch was. Der ist verledigt. So, jetzt kommen langsam die, die ich nicht töten soll. Deswegen, halt, falsche Taste. Deswegen renne ich jetzt wieder von hinten ran. Diesmal muss ich es echt schaffen. Das wäre ja echt peinlich langsam. Entdeckung. So. Schnell nochmal nachladen. Da hinten außenrum läuft groß keiner. Wenn, dann sind wir jetzt nur der hier. Achtung. Einer ist verwundet. Nein. Schnell nochmal. Nein. Geh weg da drüben. So. Ich möchte nur ganz gerne, dass der Typ hier vorkommt. Dann könnte ich den nämlich niederschlagen. So. Ich werde jetzt mal wieder da lang rennen. Von der anderen Seite nochmal schauen. Ich werde jetzt mal wieder da drüben. Die haben wir jetzt auch weg. Schnell nachladen. Schauen wir mal. Ist da drin noch jemand? Die sind Wänder da hinten alle. Die sind beide da hinten drin. Ich sollte mich irgendwie reinschleichen. Komm her. Komm her. Komm. Ich kann doch, Leute, auch. Komm rum. So. Jetzt haben wir es. Wir haben es geschafft. Alles erledigt. Du hast es noch drauf, Mystery Man. Dein Geld ist unterwegs. Wie gesagt, es gibt viel zu tun, wenn du willst. Ich sag Bescheid. So, wir haben es geschafft. Unglaublich. Jetzt sammle ich gerade noch ein bisschen die Waffen ein. Da sind nämlich noch ein paar interessante Waffen hier rumgelegen. Jetzt mal hier noch ein schönes Snipergewehr. Man kriegt ja unheimlich viele Waffen gleich am Anfang. Alter, hier. Na, schön. Was haben wir noch? Uzi. Handschrot. Boah. Bumm. Das sind anscheinend zwei Doppelläufige. So. Haben wir hier hinten jetzt noch irgendwas? Zum Einsammeln. Das will ich nämlich ganz gerne noch mitnehmen, bevor ich die Folge jetzt hier beende. Da war nichts mehr. Nö, da war anscheinend nichts mehr. Noch hier drinnen gucken. Da können wir bloß die Rollerhütchen hoch und runter tun. Da haben wir noch einen liegen. Der hat aber nichts. Gut, dann würde ich sagen, ähm, hier muss ich raus, genau. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt. Ich hoffe jetzt nicht. Hey, Hackfresse! Kennst du mich noch? Ah! Lass hier rum! Ah! Oho! Ah! 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 So. Laden sie die Dateien herunter. Optionales Missionsziel. Was? Mal jetzt hier eine Mission nochmal. Ich bin ein Akteur im Chicago-Southclub-Drama. Ein Chef der Porni-Miliz hat Drohungen ausgespuckt. Aber getan hat er noch nichts. Hast du einen Namen? Er nennt sich wohl Yugo. Yugo? Hm? Ah, ich kannte mal so einen. Hatte ne fette Hasenscharte. Außerdem fehlten ihm Zähne. Man konnte sein verdammtes Zäpfchen sehen. Obwohl er den Mund zu hatte. Hm. Über was reden wir hier eigentlich? Du willst, dass ich Nils Crew angreife und er Yugo beschuldigt? Genau. Also reden wir doch über dasselbe. So, anscheinend ist ja noch so eine kleine Nebenmission uns gewesen. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal mitnehmen, nachdem ich hier eh schon alle getötet habe. So, die Frage, wo ich hier hin muss. Dateien runterladen, keine Waffen benutzen. Da ist ein Laptop. Das machen wir noch schnell. Gegner haben Verfolgung aufgenommen. So, einer noch. Ah, jetzt wird's lustig. Ich würde mal sagen, das wird jetzt so lustig da hier, dass ich jetzt da hier einfach mal die Folge beende, bevor es noch länger dauert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie das sage ich, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.